Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Track von mir. Heute wieder alleine am Start, aber zumindest ein Thema für mehrere habe ich mitgebracht. Und zwar das Thema Beziehungen. Und wir alle stehen ja permanent in Beziehungen zu allem was es uns noch gibt, mehr oder weniger. Und da gibt es ja Beziehungen zu Menschen, zu Tieren, zu Dingen. Und all diese Beziehungen haben natürlich unterschiedliche Intensitäten. Es gibt Beziehungen, also Alltagsbeziehungen, die Plätschern sogar hin. Es gibt intensivere Beziehungen, es gibt Langzeitbeziehungen und es gibt die Beziehungen, die einfach irgendwie ganz, ganz, ganz besonders sind. Und von einer solchen Beziehung erzählt der Reinhard Fenrich in folgendem Late. Jetzt sitze ich wieder da und wieder lachen. Ich hast mir das nur angetan können. Ich trau mich gar nicht, dass Kaffee aushabe. Ich weiß, dass ich wieder ein Ohr hatte und über mir die Gesichter. Immer, wo ich noch ein Pepperte, ein Blöde. Aber ich erfahre mal mit dir wieder hergekommen bin. Da ist ja nur die Lade aufgeflogen. Da haben sie geschaut. Neidisch ist es sonst gewesen. Vom ersten Augenblick auch noch nicht gewusst, dass es neidisch worden ist. Aber du hast mir gehört. Mir ganz allein. Gestern hat mich das Krieg verlassen. Du liegst am Auto Friedhof draußen. Dabei warst du doch immer alles für mich. Ich kann mir das Warnern nicht verweisen. Was warst du für ein heißes Selzen? Und überblick bist du ein Hörberin. Nie werde ich den Tag vergessen, wenn ich jetzt Warns das erste Mal gesehen habe. Es war ein Liebier auf den ersten Blick und ich habe sofort gewusst, die muss ich machen, um alles in der Welt. Naja, am Anfang hatte ich noch Mucken gemacht, daher ein paar. Aber dann ist er schon rausgerockt mit den Tausender. Und bis du dann vor mir gestanden bist, mit deinen Braten und Affen und deinen Schweißländer sitzt, ein Bild für ich Köpfe. Kannst du dich erinnern, wie wir zum ersten Mal auf der Autobahn waren, wie jetzt war ganz allein, wie wir den Porsche noch mal zwei Uhr davon gezogen sind, weil dir hat die Guten gehabt, der Herr Carrera. gestern wird mich verlassen, du liegst am Autofriedhof draußen. Dabei warst du doch immer alles für mich. Ich kann mir das Warnern nicht verweisen. Was warst du für ein heißes Selzen? Und überblick bist du ich kann gar nicht verstehen, wie es überhaupt passiert, okay? Die Kurven hat doch leicht 130 Vertrauen. Naja, vielleicht hätte ich das 6 Viertel nicht trinken sollen, aber mit 6 Vierteln wird ja der Mann gesoffen, oder? Überhaupt, gar nichts wäre passiert, wenn nicht der Depardepan da gestanden wäre. Für ein grünes Regen, das ist ein Blödsinn, das sind ihre Staubmaß hingefrasen. Gar nichts, gar nichts hätte man gemacht, dass man einfach nur ein Führerschein zu oft hätte. Hätte man heute in der Ehe zusammengelebt, aber dass ich dir jetzt für den Kilopreis hergeben muss, das reist mir das Herz aus. Gestern hat mich's Glück verlassen, du liegst am Autofriedhof draußen. Dabei warst du doch immer alles für mich. Ich kann mir das Warnern nicht verweisen. Was warst du für ein Passes Sößen und Bürofie, bis nun ein Pavarine? Vielen Dank, es war mir eine große Freude. Ich finde, es ist einfach ein super Track. Es ist so richtig gefühlsvoll und shame und classic. Und auch mit diesem Überraschungseffekt, ihr wisst, was ich mache. Ganz ein super Track. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Beides super natürlich. Wenn ihr Lust habt, noch mehr Tracks von mir anzuschauen und mehr Kavas von mir anzuschauen, dann könnt ihr das gerne hier und hier machen. Das freut mich natürlich sehr. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs dabei bleiben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht das gut, lasst das Krauchen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.